Zieltag ist der 12. September 1953. Bereit, Miss Gwendolyn? Gwendolyn, du bist. Du bist besonders. Es gibt Hinweise in uralten Schriften. Wir reisen seit Jahren durch die Zeit, um alles zusammenzufügen. Der innere Kreis der Loge tritt heute zusammen. Das passiert äußerst selten und nur aus besonderem Anlass. Weißt du, was geschieht, wenn der Blutkreis im Chronographen geschlossen wird? Die Prophezeiungen sprechen vom Aufstieg des Adlers. Vertraust du mir? Bereit, wenn du es bist. Der Graf hat probiert, mich klein zu kriegen. Du musst zeigen, was in dir steckt. Die Achtung wird wieder hergestellt. Mann, ich hab kein gutes Gefühl. Ich bin ganz allein. Bist du nicht? Jürgen Möte Guten Abend! Es muss wohl sehr warm gewesen sein. Jürgen Möte 2 3